Mein Kindergarten Das ist Katja. Das ist Alex. Das ist Dennis. Das ist Nana. Das sind die Spielsachen von Katja. Das sind die Spielsachen von Alex. Das sind die Spielsachen von Dennis. Das sind die Spielsachen von Nana. Mein Kindergarten spielt. Lasst mal sehen, was Katja für Spielsachen hat. Ein Kätzchen. Ein Hündchen. Ein Bärchen und eine Kuh. Katja baut eine Pyramide aus Tieren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mal sehen, was Alex für Spielsachen hat. Oh, wow. Ein orangener Igel. Ein blauer Igel. Ein rosa Igel. Ein lila Igel. Alex baut eine Pyramide aus verschiedenfarbigen Igeln. Schau, was für eine Pyramide Alex zusammengebaut hat. Zählen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Lass mal schauen, was Dennis für Spielsachen hat. Das sind bunte Teile von einer Pyramide mit Zahlen. Das ist die Ziffer eins. Das ist die Ziffer zwei. Das ist die Ziffer drei. Zwei. Das ist die Ziffer vier. Schaut, was für eine große Pyramide wir haben. Die ist größer als Dennis. Mal sehen, was Nana für Spielzeug hat. Wow, das ist eine bunte Pyramide aus Ringen. Dieser Ring ist blau. Dieser Ring ist grün. Und dieser Ring ist gelb. Und dieser kleine Ring ist rot. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, wir haben die Pyramidenspitze vergessen. Schau, was für schöne Pyramiden wir haben. Ich habe eine Box mit Spielsachen. Schau, Räder. Das ist ein Auto. Lass uns noch ein paar Details dazu finden. Wow, das ist ein Morkas-Auto. Bulli. Oh, das ist der Bus Bussi. Das ist der Lkw Gru. Das ist der Bagger X. Katja spielt mit Bussi. Alex spielt mit Ex. Dennis spielt mit dem Lkw Gru. Und Nana spielt mit dem Bulldozer Bulli. Lkw Gru. Mein Kindergarten spielt. Mein Kindergarten spielt. Lkw Gru. Lkw Gru. Lkw Gru. Lkw Gru. Untertitelung des ZDF, 2020